Ich bin aber der Meinung, das ist eine Entwicklung, die wir als Menschen erlebt haben, wie sie bis dahin überhaupt nicht da gewesen ist. Es war der 5. Mai und ich war damals Taliban bei einer Firma in Bremer Überseerhafen, die hieß Addison Kreie. Die ist wohlbekannt. Und der alte Kreie kommt zu mir, wir hatten uns in Karlsruhe kennengelernt. Er sagte, komm mal zu mir nach Bremen, dann kannst du bei mir was machen. Und morgens sagte er, geh mal zum Schuppen 16, da kommt ein Schiff mit großen Kisten an. Was die wollen, weiß ich nicht. Und wenn du fertig bist, kommst du wieder. Der alte Kreie weitert heute noch auf mich. Die Situation war die, dass die Vorgesetzten von uns damals sagten, pass auf, haltet euch vom Umschlag fern. Das ist eine ganz neue Geschichte, da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aber da kamen klare Ansagen, also dass wir uns da fernhalten sollten. Wenn der Container runterkommt, dann trifft der das Schatz gar nicht mehr. Das Schiff liegt ja so. Und dabei muss es auch passiert sein, dass der ein Container rausgeflutscht ist, nicht? Der zweite. Gott sei Dank war der leer und wogelig so viel, sodass das Ganze alles im erträglichen Rahmen blieb. Ja, die Zubmaschine war kaputt, der Trello hatte ein bisschen und der Fahrer war ein bisschen durchgeschüttelt, aber nichts Ernsthaftes. Wir kannten den Container zwar von den Truppentransportern, das waren aber kleinere. Das waren 8 Fuß und maximal 10 Fuß, die mit bordeigenem Geschirr oder mit speziellem Ladegeschirr dann für die Truppen umgeladen wurden. Aber im Prinzip sprach man mehr von Blechkösten. Container, das war ja nun Englisch und Englisch, ja, die Zeit war ja noch nicht lange hin, wo man nicht unbedingt Englisch sprechen wollte. Und ja, das waren dann Blechkösten. Aber es ging dann ganz schnell, dass man nur noch von Containern sprach. In den ersten Containern, die hier in Bremen umgeschlagen wurden, waren das überwiegend Armeegüter, also Haushaltsgüter. Und ich habe mir das Bild angeguckt und das war mal gut so. Ich bin dann wieder zurückgegangen und habe gesagt, das kriegen wir in den Griff. Und wir waren natürlich als Abrechen und dann mal sehr interessiert und sind dann auch mal rausgegangen zum Schiff, um zu sehen, was passiert da eigentlich. Und sind dann zum Schiff gegangen, haben in die Luke geguckt und sahen dann zwar Container in der Luke, aber meistens Holz, Draht und Verzorgung. Und man sah also, dass ein riesen Aufwand erforderlich war, um die Ladung, die Container zu befestigen. An Deck gab es dann schon ja lasche Systeme. Und die hatten dann so Kragarme, das muss man sich vorstellen, das war also eine Brücke. Und dann war der Kragarm, der wurde hochgefahren hydraulisch. Und dann war also ein Spredder auf der Brücke drauf, der die Container an Bord aufnahm, dann rüberfuhr zur Landseite und dort absetzte. So. Und auf dem Spredder in einem, ich sag mal so einem Käfig, da stand aber ein Kerl von Format. Und der hat dann diesen Spredder gefahren und der fuhr auch immer mit hoch, rüber, aufnehmen, rüber, hoch, rüber, absetzen und so ging. Das war für mich also das Beeindruckendste. So etwas hatte ich bis dahin in meiner technischen Laufbahn noch nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht gewusst, dass wir am Ende von Schuppen24 ein für Siede ausschließlich hergerichtetes Territorium bekamen mit einer amerikanischen Brücke, der berühmten Bad Singebrücke. Der Hauptschalter, der hatte so einen Hebel, ein Federwerk, den musste man siebenmal aufpumpen, diese Feder sparen. Dann drückte man auf den Knopf und dann hat man gedacht, die Brücke fällt auf. Damit war die Elektrik freigegeben. Das war ziemlich abenteuerlich. Und es war auch so, dass die ganzen Schaltpläne alle in Englisch waren. Alle mit englischen Komponenten, die konnten wir gar nicht lesen. Wir hatten einen Stromlaufplan, der war acht Meter lang. Den konnte man ausrollen, wenn man da irgendwas suchte. Das war überhaupt nicht gehandelbar für uns. Das war eine sehr schwierige Zeit, aber als die ersten großen Unternehmen Haus-Haus-Container buchten, da war der Durchbruch geschafft. Das Gold lag in der Leistung, die mit dem Containerumschlag erzielt wurde. Ich traue dem althergebrachten Stückgutumschlag nicht nach, weil die neuen Umschlagssysteme überhaupt erst die Ladungsströme, die heute da sind, bewältigen können. Wie viele Säcke Kaffee in einem Container sich befinden würden und wie viele Säcke aber vorher bewegt werden mussten im konventionellen Stückgutbetrieb. Ich glaube, da an diesen beiden Beispielen kann man das also sehr gut erkennen, wie sich die Welten verändert haben. Ohne Container keine Globalisierung kann man wirklich sagen, was zu der Zeit sicherlich noch keiner so richtig gewusst hat, dass diese rasante Entwicklung sich so schnell durchsetzen würde. Und da ist wirklich eine Revolution eingetreten. Und da ist wirklich eine Revolution ausgleichbar. Und da ist wirklich eine Revolution ausgleichbar. Untertitelung des ZDF, 2020